Ihr seid richtig bei Alles auf Start, der SEO-Einsteiger-Podcast für Startups und KMU mit Markus Hövener. Ja moin, herzlich willkommen bei Alles auf Start. Heute wieder mit einer neuen Episode und zwar zum Thema Innensicht versus Außensicht. Die Begriffe, glaube ich, muss ich jetzt nicht mehr wirklich erklären, aber ich muss erklären, was das eigentlich mit SEO zu tun hat, weil das ist ja ein SEO-Podcast. Und das werde ich gleich machen. Der Punkt, den ich nämlich feststelle, ist, dass viele Unternehmen noch in der Innensicht hängen, für SEO aber die Außensicht wichtig wäre. Und ich habe gleich bei den Beispielen, habe ich mir relativ oft so B2B-Unternehmen herausgesucht. Vielleicht aus gutem Grund, weil die relativ oft damit Probleme haben, sich wirklich in die Außensicht zu begeben. Es gilt aber natürlich analog für alle anderen Unternehmen auch. Und gerade eben auch für Startups, die einfach sehr begeistert sind von ihrem Produkt und deswegen manchmal so die Außensicht vielleicht relativ gut ausblenden können. Und ja, lass uns doch einfach mal anfangen. Ich habe nämlich fünf SEO-Bereiche mitgebracht, wo ich wirklich denke, dass das Thema Innensicht versus Außensicht dort besonders wichtig ist. Bereich Nummer eins ist die Benennung deiner Produkte und Leistungen auf der Website. Das ist ein klassisches Keyword-Thema. Es gibt ja so, oder die grundlegende Frage ist eigentlich immer, wie nenne ich Sachen auf meiner Website? Und für SEO kann es schon deutlich vorteilhaft sein, wenn ich Sachen so benenne, wie sie auch wirklich in Suchmaschinen gesucht werden. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel die beiden Suchbegriffe Schraubenzieher und Schraubendreher angucke, muss ich sagen, eines davon wird häufiger gesucht als das andere. Und deswegen wäre es gut, wenn ich den am häufigsten gesuchten Suchbegriff nehme. Ich muss nämlich eigentlich wissen, wie suchen eigentlich meine Zielkunden danach? Nicht nur, wie nenne ich das Ding und wie ist es vielleicht technisch gesehen auch der vollkommen korrekte Suchbegriff? Und dieses Problem haben wir relativ oft. Es gibt zum Beispiel auch so regionale Synonyme. Wir alle kennen das mit Brötchen oder Schrippen. Oder die einen feiern Fasching, die anderen feiern Karneval. Nicht in diesem Jahr, aber grundsätzlich gibt es diese ganzen Unterschiede. Oder Fasnacht. Oder es gibt die Sachen, wo es einen fachlich korrekten Suchbegriff gibt. Und es gibt den alltagssprachlichen Suchbegriff. Das hat man schon mit Schraubenzieher und Schraubendreher. Aber es gibt zum Beispiel auch gerade im medizinischen Bereich und da habe ich auch lange Jahre viele Websites optimiert. Und es gibt zum Beispiel die Wechseljahre und es gibt das Klimakterium. Das eine ist halt der alltagssprachliche Begriff, das andere ist halt der medizinische Fachbegriff. Oder der lateinische Begriff. Und man ahnt es, aber Wechseljahre wird deutlichst häufiger gesucht. Auch weil Klimakterium irgendwie eher so wie Bakterium klingt. Also eher wie was Negatives vielleicht. Und Wechseljahre, ja, ein Wechsel kann ja an sich noch was Schönes sein. Also das hat noch, ich glaube es gibt einfach einen Grund, warum wenig Leute alltagssprachliche Begriffe nutzen. Das ist bei einigen Themen anders. So wie zum Beispiel Diabetes und Zuckerkrankheit. Das war früher vielleicht anders, aber jetzt mittlerweile hat sich Diabetes einfach, hat sich auch der Fachbegriff durchgesetzt. Aber bei solchen Themen ist es dann eben noch andersherum. Und deswegen nochmal ist es wichtig, wie ihr eure Produkte benennt oder auch eure Leistungen auf der Website. Gleiches Spiel. Und deswegen müsst ihr auf jeden Fall immer Keyword-Datenbanken benutzen. Und dann einfach mal beides eingeben und dann eben schauen, okay, wie genau wird das jetzt gesucht. Der zweite Bereich, Innensicht versus Außensicht, ist Linkaufbau. Oder insgesamt das Thema Backlinks. Es ist ja wichtig, dass möglichst viele andere Websites auf deine Website verlinken. Und die Frage ist eigentlich, warum sollte eigentlich jemand auf dich verlinken? Und oft komme ich halt in Unternehmen rein und die sagen, wow, ja, wir sind ein geiles Unternehmen, wir haben ein tolles Team. Hey, wir haben die besten Produkte. Und das stimmt auch. Aber das ist die Innensicht. Von außen gesehen, wenn man dieses Unternehmen nicht kennt, dann kriegt man das in der Regel gar nicht mit. Von außen gesehen gibt es also gar keinen Grund für mich, darauf zu verlinken. Also die in der Innensicht brennen alle für ihr Unternehmen. Total genial. Schön hat man auch total oft, finde ich. Aber in der Außensicht interessiert das eigentlich niemanden. Und dann ist halt die Frage, wie können denn dann eigentlich Links entstehen? Weil natürlich die in der Innensicht, die würden alle sagen, natürlich verlinke ich auf die, ist ein geiles Unternehmen. Und die von außen sagen halt, ja, warum jetzt? Und ein Weg ist eben den Weg, über Inhalte zu gehen. Mit Inhalten kann man den Grund schaffen für Verlinkungen. In dem Augenblick, wo ich nur Produkte habe, nur Leistungen auf meiner Website, gibt es für andere wenig bis gar keinen Grund, auf mich zu verlinken. Und dafür muss man eben auch in die Außensicht gehen. Was ist denn für die Außensicht wichtig? Also nicht für die Außensicht, aber was ist für Menschen da draußen wichtig? Was finden die spannend, um auf mich zu verlinken? Und wie gesagt, nicht, dass ich irgendwo den Screwmaster 2000 habe, was sicherlich ein sehr tolles Produkt ist, aber das reicht halt nicht. Aber ich kann ja auf die Idee kommen, ich mache eine jährliche Trendanalyse für meine Branche. Ich liefere einen Bericht von einer wichtigen Fachmesse, der eben allen in meiner Branche hilft. Ich stelle die fünf wichtigsten Apps für meine Branche vor. Ich analysiere Veränderungen, zum Beispiel, weil es irgendwo eine rechtliche Anpassung gab oder, oder, oder. Es gibt so viele Ideen und wenn ich diesen Content habe, dann kann es eben auf einmal passieren, weil der Content nach außen hin relevant ist, dass es eben auch zur Verlinkung kommt. Und gerade dieses Thema, muss ich sagen, das fällt den B2B-Land total und unendlich schwer. Natürlich die Frage, kann man sowas machen, solche Inhalte finden und schreiben? Es hängt natürlich immer ein bisschen von der Branche ab. Es gibt so nischige Themen, wo du einfach sagen musst, okay, sorry, hier ist jetzt auch für mich Schluss. Aber insgesamt gilt ja immer, unter den Blinden ist der einäugige König. Du wirst natürlich nicht wie im B2C-Bereich mit einem Inhalt irgendwie, weiß ich, 50 tolle Verlinkungen generieren, wenn du es richtig machst. Das schaffst du in B2B relativ selten. Aber es ist ja nicht wichtig, weil alle anderen haben keine solcher Links und wenn du dann nur fünf solcher guten Links hast, dann hast du ja schon gewonnen. Und im Übrigen auch, was ich auch finde, dass gerade B2B-Unternehmen Social Media immer sehr schwer fällt. Warum? Weil sie eigentlich nichts zu erzählen haben. Sie haben eigentlich nur was in der Innensicht zu erzählen. Sie haben nur Innensicht-Themen. Sie haben Themen, dass jetzt eben der Screwmaster 2000 jetzt auch in blau geliefert werden kann. Puh, nicht so spannend. Das heißt, sie haben einfach oft nichts zu erzählen, was jenseits der eigenen Produkte und jenseits der eigenen Leistungen ist. Und auch da kann es eben helfen, über solche Themen nachzudenken, um auch dort eben zu punkten. Ist jetzt kein SEO-Thema, aber es heißt nur, dass wenn ich schon solche Inhalte produziere, kann ich auch an anderen Stellen davon profitieren. Bereich Nummer fünf. Das ist ein bisschen angrenzendes Thema, nämlich, wie fülle ich eigentlich einen Blog? Ich habe mir in der Vorbereitung für diese Podcast-Episode nochmal so ein paar B2B-Blogs angeguckt. Irgendwo so ein Maschinenbau-Unternehmen. Und ich finde das übrigens immer total spannend. Du fährst irgendwo auf eine grüne Wiese und du hast noch nie von diesem Unternehmen gehört. Und auf einmal sitzen da 500 Mitarbeiter und das ist der Weltmarktführer für irgendwas. Total spannendes Unternehmen. Hammergeil. Und dann gehst du auf die Website und denkst so, was schreiben die denn für Blog-Beiträge? Die schreiben so Blog-Beiträge wie, ja, wir sind heute auf der Messe X, kommt doch mal vorbei. Wir haben einen Preis gewonnen. Kunde Y hat sich für unsere Produktserie Z entschieden. Und so langsam schlägt mein Kopf auf der Tischplatte auf. Das ist einfach nicht spannend. Also gleiches Thema. Ja, das ist auch alles Innensicht. Wir sind auf der Messe. Wir haben einen Preis gewonnen. Wir haben ein Produkt verkauft. Innensicht. In Bezug auf SEO ist vieles davon wertlos. Auch weil faktisch kaum jemand danach sucht. Und weil solche Inhalte zum Beispiel auch keine Links erzeugen. Es gibt immer Ausnahmen. Keine Frage. Aber es ist eher unwahrscheinlich. Also auch da wieder zu gucken, was interessiert meine Zielkunden eigentlich an Inhalten. Und da möchte ich vor allem auf zwei Alles-auf-Start-Episoden verweisen. Nämlich einmal Episode 29. Da geht es um, warum Content nicht unbedingt Links generiert. Und auf Episode 30, Inspirationen finden für gute Inhalte. Weil genau darum geht es hier. Man muss halt irgendwie auf Ideen kommen, worüber man schreiben kann, was für die eigenen Kunden relevant ist. Und auch dafür würde ich primär Keyword-Datenbanken nutzen. Sowas wie Keyword-Tool.io oder AnswerThePublic.com. Und wenn du da so ein Keyword reinsteckst wie Doppelschnecken-Extruder, was immer eines meiner Lieblingsbeispiele im B2B-Bereich ist, dann findest du so Suchanfragen wie Doppelschnecken-Extruder-Vorteile. Okay, schreib doch mal einen Blogbeitrag darüber. Oder Bearbeitungszentrum-Preis. Also was kostet ein Bearbeitungszentrum? Schreib doch mal einen Blogbeitrag darüber. Natürlich, ich weiß, das ist so ungefähr wie die Frage, was kostet ein Auto? Von bis. Aber ich kann sagen, was ich für 20.000, für 40.000 und für 60.000 Euro an Auto kriege. Und bei Bearbeitungszentren kann ich das auch machen. Kann ich sagen, okay, das eine für Betrag X kriegst du drei Achsen, dann vier Achsen, dann fünf Achsen und noch die automatische Luftabsaugung mit dazu. Oder keine Ahnung. Ich kenne mich mit Bearbeitungszentren jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Bereich Nummer vier. Metadescription. Also, die Metadescription ist ja wichtig, weil sie sehr zentral im Suchergebnis angezeigt wird. Und weil es gleichzeitig so ist, die meisten Google-Nutzer klicken nur auf ein einziges Suchergebnis. Also, da stehen zehn Suchergebnisse und ich klicke nur auf eines drauf. Wie schaffe ich das, der eine zu sein? Natürlich, die Position ist entscheidend. Aber auch das, was ich da reinschreibe in diese Metadescription, denn das wird dort angezeigt. Ich muss also Argumente für meinen potenziellen Besucher liefern. Warum bin ich geiler als die neun anderen? Ich habe mir mal eben auch da die Mühe gemacht, habe mir ein paar rausgesucht, was Leute so schreiben. Einer schrieb zum Beispiel, 50 Jahre Pioniergeist made in Germany. Anderer schreibt, einzigartige Fertigungsqualität für die präzise Zerspannung. Nächster. X ist Hersteller der X-Bearbeitungszentren sowie anerkannter Systemlieferant und Prozessentwickler von Fertigungslinien für die mechanische bla 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 bla. Dann haben wir noch... Oh ja, den fand ich auch gut. X ist einer der führenden Hersteller von modernsten Fertigungslösungen für die Metallverarbeitung. So, sowas schreibt so ein B2B-Unternehmen über sich. Jetzt natürlich die alte Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, denn schlussendlich kann man das nur testen. Also der Köhler muss ja dem Fisch schmecken. Aber auch häufig muss ich sagen, ist das, was da geschrieben wird, Innensicht. Wir sind einer der führenden Hersteller von modernsten Fertigungslösungen. Ja, okay, das ist nett, aber alle bezeichnen sich als führender Hersteller von modernsten Fertigungslösungen. Und wir alle wissen, dass wir nur die Branche klein genug wählen müssen, damit wir der führende Hersteller sind. Der Trick ist, glaube ich, jetzt richtig gut und einer der Führenden heißt sowieso, ja, einer der 100 Führenden oder was jetzt? Also, vieles davon ist bla bla und ich persönlich bin immer dafür, erstmal bla bla zu vermeiden. Führend, ich weiß, das sagen wir bei unserer Agentur auch, bei uns stimmt das vielleicht auch, aber, oder sowas wie, ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb. Oh, ich kann es nicht mehr hören, sorry. Was heißt das denn? Heißt doch nichts. Und die Frage ist ja immer, was ist eigentlich meinen Zielkunden wichtig, also Außensicht? Was ist mir wichtig, wenn ich mir so eine sündhaft teure Maschine dahin stelle? Zum Beispiel wichtig, dass die kompatibel ist mit irgendwas. Es ist mir wichtig, dass ich fünf Jahre Garantie da drauf kriege oder dass die schon mehr als 100.000 von diesen Maschinen verkauft haben und dass die Kunden das Ding mit 4,9 Sterne bewerten. Vielleicht ist für die wichtig, dass ich ein Award gewonnen habe, dass ich eine ganz bestimmte ISO oder DIN-Norm oder irgendwas erfülle. Und da muss ich einfach mal drüber nachdenken und da geht es eben nicht darum, was ich denke, dass ich der führende Hersteller bin oder dass ich 30.000 Quadratmeter Produktionskapazität Halle oder sowas habe. Das interessiert vielleicht gar nicht. Und am besten, muss ich mal sagen, kann man es eigentlich mit Google Ads testen. Bei SEO ist es immer schwierig, zwei Varianten gegeneinander laufen zu lassen. Bei Google Ads ist es ganz einfach. Also gucke ich einfach mal, ich teste mal ein paar Werbungen durch und schreibe mal in die einen das und in die anderen das. Und dann gucke ich nach, was hat eigentlich die höchste Klickrate. Jetzt will ich nicht darauf eingehen, dass das statistisch valide sein muss und dass das sicherlich ein paar Wochen und Monate laufen muss. Egal. Und wenn ich das herausgefunden habe, was wirklich meine Nutzer interessiert, was für sie ein Klickargument ist, sonst noch kein Kaufargument, aber erstmal ein Klickargument, dann übernehme ich das auch für SEO. Und dann habe ich zum Schluss noch den Bereich Nummer 5 und das habe ich mal mit Navigation oder Zeitstruktur erklärt. Ich habe vor Jahren versucht, mal ein Auto bei Volkswagen zu kaufen oder zu konfigurieren. Ich habe aufgegeben. Also ich habe es online versucht. Und ich habe eben nochmal nachgeguckt. BMW ist für mich auch so ein Klassiker. Jetzt kenne ich mich halbwegs mit Autos aus, aber ich muss sagen, im Kern interessieren mich Autos eigentlich null. Ein Auto steht vor einem Haus, ist vollgetankt und fährt, wenn ich da einen Schlüssel reinstecke. Mittlerweile stecke ich nichtmals mehr einen Schlüssel rein, aber egal. So, das ist für mich eigentlich Auto. Jetzt angenommen, ich kenne mich mal bei BMW nicht so aus. Das Erste, was ich mache, ist, ich gehe auf die Website, bmw.de und in der ersten Navigationsebene kann ich erstmal auswählen, welche Serie ich eigentlich möchte. Das ist 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, 8er und dann gibt es noch X, Z, I und M. Bin ich schon überfordert. Also ich weiß noch ungefähr, was ein 3er und ein 5er unterscheidet. X könnte ich auch noch zusortieren. Eigentlich wollte ich nur ein Auto kaufen. Und bei den Modellvarianten wird es übrigens noch schlimmer. Ich meine, die sind immer ganz nett benannt. Die heißen so Advantage oder Sportline oder Luxuryline. Das ist mir auch schon ungefähr klar, was damit gemeint ist. Aber am Ende des Tages muss ich erstmal alles durchklicken. Und eigentlich wollte ich nur ein Auto, wo drei Kinder reinpassen. Und das ist auch wieder Innensicht. Also die meisten, gerade Automobilhersteller, sind da total großartig in diesem Thema. Die sagen erstmal so, hier ist unser Auto. Und gleich so bei den deutschen Herstellern kennst du es ungefähr. Aber wenn ich jetzt zu Kia gehen würde oder so. Sorry, ich weiß nicht, wie die da heißen oder was für Modellvarianten die haben. Und bei vielen B2B-Laden oder auch bei vielen anderen Websites ist es recht ähnlich. Die Frage ist doch, finde ich mich schnell und einfach auf der Website zurecht? Auch wenn ich die Produktlinien oder Serien oder was immer ihr so habt an Welten, wenn ich die gar nicht kenne. Ich war auch hier in der Vorbereitung nochmal kurz auf einer Website. Und da ging es um Drehmaschinen. Und dann gehen die Top-Navigationen. Das Erste, was ich sehe, wow, es gibt die WDE-Baureihe, es gibt die WDC-Baureihe und die WDCA-Baureihe. Das ist echt cool, aber ich weiß nicht, was eine WDE-Baureihe ist. Weiß ich nicht. Ich war ja noch nie bei euch. Und dann kann natürlich, auch das Argument höre ich total oft so in Besprechungen, ja, wir wollen ja auch, dass der Kunde sich mit uns beschäftigt. Ja, natürlich beschäftigt er sich mit euch, aber in der Regel mit der, in der Lösung, dass er oben auf das kleine X draufklickt und zum nächsten weitergeht. Wer hat denn heute noch Geduld, sich mit so einer, wenn ihr acht Produktlinien und fünf Unterlinien oder so was habt, wer hat denn noch die Geduld, sich da reinzufuchsen? Im besten Fall greife ich noch zum Hörer und sage, du, ich habe keine Ahnung, was eine WDE-Baureihe ist. Sag doch mal. Das heißt, parallel wäre es für mich immer wichtig, dass es auch eine generische Navigation gibt, die das in meine Anforderungen übersetzt, also in die Außensicht. Mir ist ganz egal, ob ihr eine WDE-Baureihe habt. Keine Ahnung. Ich hätte gerne eine Navigation, die heißt Drehmaschinen für kleine Teile, für mittlere Teile und für große Teile. Und dann muss noch dahinter stehen, was eigentlich für euch Klein, Mittel und Groß ist. Und dann sollt ihr mir sagen, was denn für diesen Anwendungszweck das Beste ist. Oder es gibt so Suchanfragen zum Beispiel, da wird gesucht nach SUV für Hunde. Also ein SUV, wo gut ein Hund reinpasst. Wenn du sowas suchst, kannst du eigentlich schon absolut davon ausgehen, dass kein PKW-Hersteller der Welt dafür erscheint, weil das ist Außensicht. So funktionieren die nicht. Aber das ist schade, weil so verbrenne ich halt viel. Ich verbrenne erstmal SEO-Potenzial, weil ich es einfach nicht so benenne. Und jemand, der das sucht, wird mich einfach nicht finden können. Und noch schlimmer, wenn ich es dann auch schon nicht gefunden habe und ich bin irgendwie trotzdem auf die Website gekommen, dann finde ich mich da auch nicht zurecht, weil man erstmal mich mit der Innenwelt überrascht und das gar nicht in meine Welt übersetzt. Dann macht euch mal die Mühe, geht mal auf so einen BMW, Peugeot und wie die alle heißen Konfigurator und versucht mal einfach nur, wenn ihr nichts über diesen Brand wisst, euch da zurechtzufinden. Du hast keine Chance. Und das nicht, weil das hier irgendwie ultrakomplex ist. Also BMW hat jetzt auch nicht irgendwie 20.000 verschiedene Autos. Sie sollen mir einfach sagen, wo drei Kindersitze reinpassen. Ich sage das nur, weil wir hatten den Fall mal, als wir damals, mittlerweile haben wir vier Kinder, aber als wir drei Kinder hatten, haben wir ein Auto gesucht, wo das einfach gut reinpasst. Und auch damals habe ich schon gemerkt, dass das Internet und meine Intentionen passen hier irgendwie nicht zusammen. Und das ist halt immer ganz wichtig, dass man in die Außensicht geht. Und natürlich, das Problem ist, und ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass man selber irgendwann in diesem Glashaus sitzt. Man ist vielleicht seit fünf Jahren in einem Unternehmen und alle in dem Unternehmen sprechen immer über die WDE-Baureihe und irgendwann ist das für dich einfach die WDE-Baureihe. Und du hast das Wissen darüber, dass das Drehmaschinen für kleine Teile sind. Das heißt, idealerweise holst du dir einfach immer jemanden von der Straße oder du hast die gedankliche Fähigkeit, dir den Idiotenhut aufzusetzen und zu sagen, ich gucke mir jetzt mal meine Website an, ich gucke mir jetzt mal meine Keywords an, ich gucke mir meinen Content an und gucke mir das wirklich mal von außen an, ohne dass ich dieses Unternehmen kenne. Wie stellt es sich mir dar? Ist es wirklich das Unternehmen, was ich intern kenne? Und meistens werde ich herausfinden, ist gar nicht so. Also meistens gibt es da eine sehr starke Diskrepanz und wie gesagt, gerade bei B2B-Unternehmen, aber eben auch bei Startups, weil wie gesagt, Startups sind auch sehr oft sehr begeistert von dem, was sie machen, hängen sehr tief drin, lieben ihr Produkt. Da sind irgendwie drei Gründer oder Gründerinnen und seit drei Jahren forschen die an der Uni nach diesem einen Ding und natürlich total Hammer, Hammer gerät. Und listen dann Vorteile auf, die einfach ihrer Meinung nach Vorteile sind. Das sind aber nicht meine Vorteile, das sind ihre Vorteile. Meine Vorteile sollten irgendwie Langlebigkeit sein, lebenslange Garantie oder sowas. Und nicht, dass das Ding irgendwie bei 3000 Umdrehungen mit einem Zerspannungsfaktor von 0,5387 funktioniert, der viel besser ist als der der Konkurrenz. Das bringt mich nicht weiter. So, ihr habt gemerkt, hoffentlich. Das ist ein Thema, was bei mir so ein bisschen brennt, auch weil ich das sehr, sehr oft erlebe in meiner täglichen Arbeit. Und ja, es gibt ja natürlich nicht die Lösung dafür, aber das Wichtigste ist, dass man sich dessen bewusst wird. Das Wichtigste ist, dass man sich idealerweise auch irgendwie einen Prozess erschafft oder ja, sich zum Beispiel wirklich Leute von außen holt, die mal drauf gucken und die mal wirklich sagen, wie geil ist es denn hier? Und ja, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Input, ihr nehmt das Ganze mit und ihr macht nie wieder den Fehler, dass ihr in der Innensicht denkt und geht den Weg, dass ihr ab sofort immer in der Außensicht unterwegs seid. Und vor allem natürlich gerade, wenn ihr B2B oder Startup seid oder auch ein kleines Unternehmen, die große Welt da draußen hat nicht das gleiche Wissen, das ihr habt. Und deswegen müsst ihr es immer runterbrechen in die Sicht eures nächsten Kunden. Das soll es gewesen sein für heute. Ich komme jetzt ein bisschen runter. Ich gehe jetzt kurz noch eine Runde spazieren und wir hören uns dann beim nächsten Mal einfach wieder. und wie immer wird es mich extremst, mega, wie man heute so schön sagt, mega freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und oder natürlich, wenn ihr ihn sogar bewertet. Das wäre natürlich total toll. Gerade bei iTunes kann man das so schön machen. Also macht das gerne und ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch was. Kommt gut durch die Krise und bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Ciao.